Vor 2300 Jahren kam Alexander der Große, der König von Macedonien, mit seiner Armee an die phonizischen Küsten. Als sie von Bord gingen und sahen, dass die Zahl von Phonizia dreifach größer war, packten seine Soldaten die Entmutigung. Dann tat Alexander etwas Undenkbares. Er befahl, seine eigenen Schiffe zu verbrennen. Mit dem Feuer, das einen einzigen Flugberg verschlang und vor dem erstaunenden Blick seines Volkes, sagte Alexander zu ihnen, es gibt nur einen Weg, eure Frauen und Kinder wieder zu sehen, und zwar, indem ihr diesen Schlag gewinnt und mit den Schiffen des bezigten Feinders nach Hause zurückkehrt. Alexander gewandt den Schlag und schuf eines der größten Reichen der Geschichte. Der Ausdruck, die Schiffe verbrennen, stand aus diesem Kampf und wird verwendet, wenn man sich freiwillig in eine Situation bringt, in der der sich der einzige Ausweg ist. Arnold Schwarzenegger nimmt es in einer berühmten Rede nur Plan B. In Business Psychologie ist das Verbrennen von Schiffen eine Technik, die ich bei einigen Kunden nach einer Bewertung ihrer Persönlichkeit eines Interviews und der Herausforderung vor der sie stehen anwende. Meine Kunden konzentrieren sich auf ein einziges Ziel und erhöhen ihre Erfolgchancen drastisch. Es geht darum, einen Geistestustand zu erreichen, in dem Zurücktreten keine Option ist. In diesem Zustand bittest du alle deine mentalen Ressourcen, dein Wissen, deine Kreativität und deine Zeit, um ein Ziel zu erreichen. Zweifel verschwinden und mit ihnen die Angst. Und wenn die Angst verschwindet, wird deine Motivation ausgelöst. Hast du jemals alle deine Schiffe verbrannt? Hast du dein Ziel erreicht? Schreib mir. Ich würde gerne deine Geschichte lesen.